So, hallo, heute ist mein 2 Fahrradkommensator gekommen, ja, Versand hat 6 Tage gedauert, leider etwas lange, ja, ich habe hier ein 12 Volt und ein Ampere-Ladegerät von irgendwo, keine Ahnung wo das einmal war, benutze ich einfach zum Laden, mit einer mitgelieferten Birne als Ladewiderstand, ja, gut, machen wir mal ein paar Funken, ja, ich habe da vorne eine Nadel, also so ein Nadel-Dings drin, ja, jetzt haben wir 9,6 Volt, jetzt spielen wir einmal ein wenig. Kein Kontakt, ok, ach, wisst ihr was, erstmal einen drauf. Ja, es stinkt noch wenig hier, jetzt haben wir 0,1 Volt, ja, jetzt kann ich euch mal zeigen, wie groß die Dinger eigentlich sind. So, 1,5 Liter Wasserflasche, bisschen kleiner ist er, Durchmesser, mal 7, 8 cm so geschätzt hat er. Ähm, ja, wegen dem Versand, hätte ich jetzt vorher gewusst, dass 18 Euro Versandkosten noch drauf kommen, hätte ich ihn mir über Ebay bestellt. Aber gut, hätte ich mir lieber gelesen vorher, ja, gut, hier sind schöne Anschlüsse. Tja, das Display schaltet sich erst bei 10 Volt oder so ein, das muss ich aber noch hier hinten einstellen, also dass es mit den gemessenen 10 Volt, mit den richtigen 10 Volt übereinstimmt. Wie weit stimmt, ja, er wiegt, glaube ich, 2 Kilo oder so. Ja, schön groß. Es werden noch weitere Videos folgen, aber das war's erstmal für heute. Ciao. Ciao. Ciao.